Ich meine, das ist auch so. Aber der Holländer ist so. Ich bin hier auf Straße. Alle sehr verehrten Damen, da kann ich uns nicht korrigieren. Die beiden Füsse sind nicht. Wir konzentrieren uns auf den dritten Reiter. Fährt schön, ausbalanciert, kein Problem. Man sieht, dass der Reiter eine gewisse Routine im Geländereiten hat. Geicht nach vorne aus, hat unheimlich gewonnen hier. Jetzt kommt das Kriterium, die in Kombination mit 6 Liter Distanz, normalerweise furchtbar eben, reisterhaft gemacht. Schön aufgenommen, das war nicht klar oder sonst was, sondern einfach nur konzentriert.